hey yo was geht youtube und herzlich willkommen zu was hoffentlich die letzte folge des runs ist und zwar sind wir in der pokémon liga angekommen es wird ernst ladies and gentlemen es wird ernst das team ist ready und jeder der jetzt irgendwie rumholt hat sich ein bisschen overlevelt habe weil eigentlich ist das level range 60 einfach weiter holen ist mir jetzt relativ egal ich habe keinen bock auf ein anderes team mit diesem team reingehen und ich drücke jetzt ein auge zu wir haben so viel pokémon verloren im lauf des runs deswegen verzeiht mir das aber wir gehen jetzt rein ich habe ich habe ich alles was ich brauche ich habe auf jeden fall ein paar full restores hyper potions und ein paar pull heels noch mal geholt gehen rein ok wir haben hier electric haben hier dann schwarz wahrscheinlich dark type und grass so ich es hier lesen kann aus der wiki ich habe schon ein bisschen mehr strategien überlegt grass type finde ich auf jeden fall am heftigsten aber da will ich am schluss erst rein am besten mit allen pokémon ich habe wenn noch alle überleben wir müssen jetzt auf jeden fall erstmal gehen wir in fighting type zuerst fighting type gehen wir zuerst wir wollen aber hier nicht mit mega garados rein ich glaube wir geben hier ein left over kampf arena rein so oh ok so ich habe mir schon ein bisschen die strategy überlegt auf jeden fall brauche ich auf jeden fall ein dragondance oder zwei wahrscheinlich zwei alles zu one shotten wieder meditate sehr gut waterfall sehr schön gerne gesehen so jetzt würde ich noch einen dragondance machen weil der kommt frisch rein und plus ok auch korrekt noch ein waterfall und crit unnötig so bei medichael auch noch mal ein waterfall okay Lazy Camp Einfach auch ein Wort vor Protect Ja, Protect Ja, easy Korrekt Ja, ist eine gute Strategy von ihm natürlich Einfach Zweimal Zweimal Protect Damit sein Speed nochmal geboost wird So, jetzt gehen wir hier rein So, jetzt gehen Nee, natürlich nicht Geben wir Garados Need, geben wir wieder Garados Korrekt So, genau So, Dark-Type können wir mit Keks Auch ganz easy clearen, hoffentlich So, Mega-Entwicklung Mit Aurasphäre, würde ich sagen Voll Okay, das kommt als nächstes Arpido Melamer Oh, kein One-Shop Oh, kein One-Shop Okay, flex Sol Voll Ob das Wenigstens Halflight macht Äh Nice Okay Nice Slash Easy Zwei Aranen Zwei Aranen Korrekt Okay Ja, gefällt mir bis jetzt Wie es läuft Gefällt mir sehr Wo haben wir Hier unten haben wir die Hyper Potions Jetzt ist die Frage Machen wir die Gras-Arena zuerst Oder machen wir Aber auch zum Beispiel Noch hier Habe ich denn das? Flame Burst Oder wie es heißt Flame Charge Hier, Flame Charge Kartoffelkanz Burn Hm X-Scissor Könnte man auch benutzen Okay, doch nicht Blue Turn Noch keiner Sagen wir probieren jetzt Vielleicht erst mal Weil die Glearned Glearned Ah ja gut Ich probiere jetzt glaube ich Erst mal die Elektro-Arena Ich weiß noch nicht Wie ich starten soll Wir hatten Galven Wie auch immer Das ist nur ein Kaper-Pokémon Eigentlich auch mit Kartoffel starten Komm Probier uns So Name ist Nicola Korrekt Gehe ich jetzt auf Flamethrower Oder auf Earthquake Ich glaube auf Flamethrower Volt Switch Okay Ich glaube jetzt gehe ich auf Earthquake Falls sie switcht oder so Full oder Full Heal Heal Ja Der Earthquake Lantern kommt jetzt Lantern kommt jetzt Lantern könnte ja jetzt eigentlich auch auf Calm Mind ein bisschen gehen Ich glaube ich habe noch einen Call Natürlich hat er Compute Rain Ah Du hast Nerv Probier es noch einmal Würde mich nicht killen Ja Kannst nicht riskieren jetzt Kannst nicht mehr riskieren So was nervt wirklich So was nervt hart Dass er dann hier mit Dingen um die Ecke kommt Mit Compute Rain Quick Voll Magnezone müsste eigentlich mit dem Earthquake auch down sein Voll Er noch Er hat Schwebe Jetzt kommt Safe Und Full Heal Oh nein Oh nein Lovequake Oh Ein Grid war es auch noch Korrekt Voll Thunder Outplate Okay Auch wieder kein Tod bis jetzt Sehr gut Jetzt sehr schön Gerne gesehen hier So jetzt kommt eigentlich nur noch die Grass Grass Type Arena Kommt mit Ludicola zuerst Ludicolo Kann eigentlich auch mit Lachsfilet rein Wobei Lachsfilet Das wird Das wird nichts bringen Ihm vielleicht ein, zwei Call Mines Die Bargis haben wir den Die Bargis haben wir den Und wir probieren es jetzt so Ein da Mega Entwicklung und Call Mines Mega Entwicklung und Call Mines Da sind seine Surfer und sein Gigadrain auch nicht so scharf Fein Aura Sphäre Fokus Blastert Ja okay Kein Grid Kein Grid Nice Was kommt denn mit sowas Dragon Pulse kann ich probieren Oh hart Oh hart Rollen. Rollen. Trotz Regen. Muss probieren. Kannst nicht riskieren. Och man, dann hat der Swagger. Natürlich ein Crit. Natürlich. Das ist eine vierfach Schwäche. Das ist wirklich... Power Whip ist halt aber auch... Kampfattacke, ne? Komm, ich probiere ein Earthquake. Dann auch noch eingehen. Jetzt bin ich schon wieder richtig low mit allen. Lichts fuck ab. Muss irgendwie... Oh, jetzt bin ich auch noch asleep. Sehr schön. Das ist eine Sludge Bomb. Nicht so wirklich drum herum spielen irgendwie. Blamethrower vielleicht. Boah, macht gut mit Spore again. Diese. Vielleicht könnte ich mal Critten. Wie wärs? Hm? Muss ich probieren. Gifted? Nein. Vielleicht mit ihm ein Assurance. Oder ich sag hier. Decken wär vielleicht der bessere Play. Brauch ich Steak für den Champion-Fight. Haube nicht. Sag hier. Wird eh healen, oder? Okay. Jawoll, Giftedon kommt rein. Er wird jetzt heal und saved. Oh mein Gott, wir crit. Wir sind durch. Wir sind nur ein Champion. Ein Boot bis jetzt. Okay. Mit fünf Pokémon gehen wir jetzt rein. Full Resort. Full Resort. Er hat uns eingeschläfert, verbrannt, alles. Der Grasding, wirklich, also, hart. Aber wir sind... Wir sind mit eigentlich fast allem, den ich gern dabei hätte. Bossfight. Ich mach kein Ding. Ich bin so ein Fisch. Ich mach kein Ding. Mega. Wir haben noch einen Dragon Dance. Ich muss hier setten. Einen Dragon Dance. So. Let's go. Quick. Firster down. Waterfall. Eisfang muss hinten, bitte. Jawoll. Waterfall. Waterfall. Komm. Jawoll. Waterfall. 100% Eisfang. 100% Ecurusy. Yeah. Jawoll. Jawoll. Pschsch. Pschsch. Jawoll. Komm, laber mich nicht voll, ich hab dich rasiert. Der neue Champion steht vor euch. Mit Lachsfilet waren wir drin, mit Kartoffeln, mit Pudding waren wir drin, mit Steak waren wir drin, mit Keks waren wir drin und mit einem Spannperkel, warum da auf einmal Schillok kommt, weißt du auch nicht, aber korrekt. Schillok dabei. WELCOME TO THE HALL OF FAME. Ich bin der Champion, ich bin der Champion, ich bin der Champion. Das ist jetzt die Credits oder kann ich was machen? Ich bin der Champion, ich bin der Champion. Ich bin der Champion. So nämlich. Schönes Gefühl. Egal Guys. Wir haben zwei Runs gebraucht. Wir haben etliche Pokémon gesackt, verloren oder gar, ich weiß auch nicht, was ich noch sagen soll. Wir sind weit gekommen. Es hat lange gedauert. Es waren jetzt Minimum 70 Folgen, glaube ich. Also ich weiß jetzt nicht in der Aufnahme auswendig, aber es sind selbst 70 Folgen gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst jetzt ein Like da und abonniert den Channel. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Haut rein. Ciao.